Ich war gar nicht politisch, ich war nie politisch, ich wurde gar nicht politisch. Ich habe dich jetzt noch nicht angegriffen, ich sage nichts. Nein, 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 aber... Ja, ja, aber du hast Aussagen gemacht, die du heute auch bereust, die du gesagt hast. Nein, ich bereue nichts, ich bereue nur, dass ich, also wie ich es gesagt habe... Wie hast du es dann gesagt und was hast du genau gesagt? Weil ich weiß es nicht, was du gesagt hast. Ich habe vieles gesagt. Heute begrüße ich den Schweizer Comedian Gabi Rano im Studio. Vor ein paar Wochen bin ich auf ein Interview gestossen, welches mein Interesse geweckt hat, heute dieses Interview zu führen. Raw Vegan wird bei Gabi Rano nichts mehr gross geschrieben. Die Rohkost hat Gabi Rano krank gemacht und die Welt hat ihn dafür fertig gemacht. Vor ein paar Jahren sei der 24-Jährige auf einer falschen Schiene geraten, hätte öffentlich Dinge gesagt, die er heute bereue und er nie mehr sagen würde. In der Schweiz führte sein Content zu Problemen und Unstimmigkeiten. Doch dafür fand er den Weg zur Persönlichkeitsentwicklung und neuen Möglichkeiten. Er sagt, man lernt mehr, wenn es schlecht läuft, als wenn man Erfolg hat. Diesen Road to Success wollen wir heute mit der Schweiz teilen und endlich aufhören, ihn für seine Aussagen zu verurteilen. Auf Instagram wurde er blockiert, doch heute sprechen wir ganz offen und unkontrolliert. Welcome to my podcast. Uncensored. Amen. Passt die Intro so, wie ich dich beschrieben habe? Das war sehr gut, ja. Krass, ne? Aber ich muss das alles ergänzen. Okay, hey. Erstens, ich muss sagen, du bist größer, als ich erwartet habe. Ja. Ich bin hier im Studio angekommen und ich so, Leute, der Gabirano kommt, der ist riesig. Ich habe gesehen, der ist riesig. Du kommst rein. Du bist einer der größten Menschen, die ich live gesehen habe. Ja, ich bin zwei Meter zehn. Das ist ein bisschen über dem Durchschnitt. Ein bisschen mehr. Ja. Voll krass. Echt. Und ich muss sagen, du hast eine gute, positive Energie. Und ich freue mich riesig auf diese Aufnahme heute. Du auch. Danke. Habe ich dich überfallen mit meiner Umarmung. Es tut mir echt leid. Also, ich komme ja bis zum Bauchnabel. Was? Legendär. Legendär. Ja. Du warst am Rumspringen die ganze Zeit. Ich weiß, weil ich mich freue auf diesen Podcast, weil wir so vieles gemeinsam auch haben, was eben noch nicht weiß. Weil Leute, der weiß nicht mal, was ich eigentlich im Leben mache. Was? Du machst Coachings. Was ist denn das? Was? Ich muss Hochdeutsch sprechen. Was? Ich weiß nur, dass du Podcast machst und dass du mal eine Spielerfrau warst. Genau. Das weiß ich. Die Frau, die nicht gespielt hat. Ja. Das weiß ich. Genau. Aber schön, dass ich auch dieses Eis bei dir heute brechen darf und dir zeigen kann, dass das nur Schlagzeilen sind und der Mensch ganz anders ist. Ja. Deal or no deal. Also ich habe gar keine Schlagzeilen gesehen oder so. Aber ich habe dafür deine gesehen. Ja. Ich bin auf dich auf. Das ist alles gelogen. Also eben, genau das will ich. Ich will heute unkontrolliert alles mit der Welt teilen, weil du verdienst diese Fläche. Du bist 24, hast einiges durchgemacht und du hast eine Geschichte, du hast so einen Road to Success schon hinter dir für deine persönliche Selbstfindung. Und die Schlagzeile, die war, glaube ich, auf Black. Die Rohkost hat dich krank gemacht. Rohkost ist raw vegan. Wo wollen wir eigentlich hier starten? Wo begann deine Reise? Also meine Ernährungsreise? Ja. Oder alles? Alles. Ich denke, wir müssen ein bisschen weiter graben. Weil, sind wir ehrlich. Also es fing alles an, als mein Vater meine Mutter kennengelernt hat. Nein, also ich denke… Also Comedian bist du. Ja, man könnte ganz, ganz am Anfang anfangen, aber ich fange einfach mal an mit den Videos, die ich gemacht habe. Genau. Und wie ich allgemein… Weißt du, wieso ich dir die Frage so offen stelle? Sorry, dass ich dich unterbreche. Aber intuitiv weißt du, wo wir heute starten sollten, damit wir von dieser Geschichte ansetzen können und fortfahren. You know it by your gut feeling. Also es hat alles schon mal mit… Wenn du schon vom Mindset redest und so… Es hat alles angefangen mit… Wie ich die Welt gesehen habe. Ich habe mich schon immer viel einfach gefragt. Also als Comedian musst du ja immer alles hinterfragen. Ich versuche ja immer mit den Gedanken zu spielen, weil das ist ja Comedian sein und einfach um Witze zu machen oder um Geschichten zu erzählen, da muss man viele Details kennen, sehr viele auffallende Details, die jeder sieht, aber nicht jeder anspricht oder hervorhebt. Und sehr viele Sachen, die man auch spürt, die man… Jeder hat… Wir haben fast alle denselben Alltag. Nicht genau eins zu eins, aber wir haben alle schon mal etwas erlebt, das jemand anders auch schon erlebt hat, wie zum Beispiel… Keine Ahnung… Ich habe jetzt ein Meme gesehen vor zwei Tagen. Das sehe ich jetzt immer wieder, wenn man in einer Beziehung ist und wenn die Freundin Kopfschmerzen hat, fragt dann der Freund immer, hast du genug Wasser getrunken? Das ist so… Eigentlich alltägliche Situation. Ja, das fragt jedermann. Genau. Oder das ist so etwas… Jeder, der aufmerksam ist. Genau. Und ich habe mich in der Kindheit schon immer gefragt, so, hm, was will ich machen mit meinem Leben? Und ich sah die Comedians im Fernsehen, ich sah Jim Carrey, Mr. Beans. Ich dachte, das ist lustig, das möchte ich auch machen. Und dann habe ich einfach unbewusst, habe ich dann Videos gemacht und versucht, lustig zu sein, Leute zum Lachen zu bringen, meine Freunde zum Lachen zu bringen. Und das hat mich dann irgendwann nach… Ich habe mit 14 angefangen, mit 18 hatte ich dann 100.000 Schweizer Abonnenten und konnte dann mit dem leben. Und so hat das angefangen, so kurz gefasst. Und das war alles vor Corona? Ja, das war alles vor Corona, ja. Das war 2016. Weil ich habe von dir gehört, ja, ich wusste, du bist witzig und ich finde dich wirklich witzig. Es gibt so Comedians, die versuchen witzig zu sein, aber du hast wirklich geilen Humor. Ja. Genau, das muss ich dir wirklich sagen. Also ich habe von dir damals schon gehört, aber du hast dich ja dann so richtig in der Schweiz durch deine Aussagen auch aktiviert. Weil in der Schweiz ist der Komponent Comedian und ein bisschen Special Personality wichtig, dass die Medien dann auch darüber schreiben. Und dann hast du ja begonnen… Ich war gar nicht politisch. Ich war nie politisch. Ich habe dich jetzt noch nicht angegriffen. Ich sage nichts. Nein, 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 aber… Ja, ja, aber du hast Aussagen gemacht, die du heute auch bereust, die du gesagt hast. Nein, ich bereue nichts. Ich bereue nur, dass ich, also wie ich es gesagt habe… Wie hast du es dann gesagt und was hast du genau gesagt? Weil ich weiß es nicht, was du gesagt hast. Ich habe vieles gesagt. Die Frage ist, was hast du alles nicht gesagt? Ja, genau. Was habe ich nicht gesagt? Ich habe wirklich so vieles gesagt und ich habe es wieder vergessen. Hast du… Ich weiss, dass es angefangen hat mit… Halt… Impft deine Mutter? Ja. Zum Beispiel? Das habe ich gesagt. Ja, aber ich meinte es nicht so. Ich habe ja alles gelöscht auch. Ja, aber das Ding ist, das Internet hat es gespeichert. Naja, ich habe gesagt, wie lange wollte ich noch BRG und Berses lecken. Und ja, also ich war ein bisschen emotional. Also ich finde, ich hatte recht, aber man sollte einfach auch die Situation auch sehen. Also damals, wir waren alle unter Druck von beiden Seiten. Wir hatten ja… Man musste sich entscheiden, welche Seite man sich stellt. Und ich hatte mir die Frage gestellt, okay, will ich mich für das Richtige einsetzen? Oder will ich einfach Angst haben, wie der Rest und einfach den Schwanz einziehen und einfach dort durchgehen? Aber ich hatte damals wie so eine Verantwortung. Also ich dachte, ich hatte eine Verantwortung, weil mich Leute kennen und weil ich eine öffentliche Person bin. Und ja, das ist jetzt auch ein Thema, niemand will darüber reden, weil sehr viele merken, dass sie Unrecht hatten. Und du liebst es jetzt? Nein, nein, ich möchte es niemandem ins Gesicht waschen, weil jeder weiß es. Jeder spürt es, weißt du. Und ganz viele lügen sich selber an. Also es ist viel schwieriger, jemanden zu verarschen, als jemandem zu erklären und ihm zu sagen, hey, du wurdest verarscht. Weil der Stolz, das Ego ist immer im Weg und das möchte ich auch nicht wieder anzünden, also wieder erwecken. Aber gab es dann auch Leute, die sich bei dir entschuldigt haben für das, was sie dir geschrieben haben zu diesem Zeitpunkt? Nein, niemand. Aber viele sind gekommen und haben gesagt, ja, schlussendlich, das ist recht. Ich bereue, dass ich nicht mir gegenüber, sondern sich selber gegenüber, dass sie sich selber das angetan haben, was sie gemacht haben. Und mir ist es egal. Also meinst du, mit den Aussagen gemacht oder geimpft? Beides. Okay, ja. Heute sprechen ja alle eigentlich doch über, weil jetzt können wir darüber sprechen. Ich habe jetzt schon so lange nicht mehr darüber geredet, weil ich habe wie, ich bin zurück zur Familie und ich lebe mit Leuten, die haben das alles gemacht, die waren Kompels gegen mich. Und ich habe jetzt wieder gelernt, damit zu leben, weil ich hatte mal viel stärkere Prinzipien. Ich war mal viel strenger mit allen, mit mir selber auch. Und ich habe einfach gemerkt, okay, ich werde sowieso sterben. Ich mache das einfach jetzt für mich nicht mehr öffentlich, meine Meinung zu sagen, in einer Welt wie die, also in der Schweiz ist es schwierig. Man wird direkt, also ich wurde geblacklistet, also my livelihood depends on it. Und ja, man muss dann wirklich sich entscheiden, will ich jetzt Angst haben von Gott oder will ich Angst haben vom Teufel. Und momentan haben die meisten mehr Angst vom Teufel und sie sollten mehr Angst haben vom Gott, vom, ja, was jetzt halt zurückschlagt halt, jetzt langsam. Und ich habe jetzt immer, ich konnte jetzt überleben, ich habe jetzt alternative Medien. Überleben in welchem Sinne? Finanziell auch? Ja, finanziell halt, ich kann jetzt nicht mehr mit Werbungen überleben. Man muss es eben so erklären, damit man das auch versteht im Podcast, weil nicht jeder lebt das Leben, was du lebst. Das heißt, du konntest vorher noch Geld generieren durch dein Instagram-Account und durch deine Werbe, also als Werbefläche. Und nach diesen Aussagen hat man dir eigentlich alle Werbepartner entzogen und dich geblacklistet. Ja, also durch Agentur, also Firmen gehen ja über Agenturen. Also eben die Brands, die kommen durch Agenturen zu dir und buchen dich dann für was. Ja, und ich bin einfach bei den Agenturen geblacklistet und einfach als unvertraubar oder einfach unberechenbarer Influencer oder sowas. Jemand hat mir das erklärt, also ey, du bist immer noch auf der Blacklist. Heute noch? Ja. Darf man mit dir nicht zusammenarbeiten? Also ja. Oder sollte man nicht? Also ich habe noch keine Anfrage bekommen und ich mache immer noch viele Views und viele Klicks. Gott sei Dank habe ich dich angefragt. Echt. Ich liebe genau solche Sachen, weil du verdienst genau das. Das ist dein Road to Success. Ich schwöre es dir. Und Gott sei Dank. Stell dir vor, du wärst jetzt voll in deiner Arbeit drin. Als Influencer hättest du diese besten Deals und so, der hättest meine Anfrage wahrscheinlich ignoriert. Und heute ist wir am richtigen Ort, weil es gibt Gott. Ich sehe. Also ich habe jetzt, ähm, ich habe trotzdem Anfragen. Also so, äh, es kommt ja wieder langsam, weil ich habe jetzt, ich habe mich jetzt öffentlich nicht mehr wirklich geäußert. Und auch nie in den Ton liegt. Nein, entschuldigen muss ich mich nicht. Ich habe nur gesagt, ich kann verstehen, also das ist, das ist wirklich, dass ich Leute verletzt habe, die irgendwie mich vergöttert haben und irgendwie anders sahen, weil sehr viele Leute sind gekommen. Du weißt, du weißt meine Kindheit, ähm, deine Videos haben mir so geholfen in meiner Kindheit, äh, in meiner Jugend. Und dann bist du so mit solchen Aussagen gekommen, dass mich verlässt und, äh, meine Großmutter ist gestorben durch das. Und einfach mir, ja, keine Ahnung, einfach mir ein schlechtes Gewissen zu geben. Weil du eine Meinung hast. Weil ja, weil ich einfach irgendetwas gesagt habe, weil, dass ich fühlte, ich wollte ehrlich sein. Aber eben. Und jetzt habe ich wie so auch Angst, das falsche zu sagen wieder. Nein. Weißt du, und das ist, das, das, das nervt mich am meisten, äh, dass ich wie so jetzt noch weniger frei reden kann. Ich muss immer aufpassen, wird ich jetzt wieder gecancelt? Also ich kann gar nicht mehr, mehr gecancelt werden eigentlich, ich wurde ja schon. Aber, ähm, ja. Darf ich dir was ehrlich sagen? Man muss einfach vorsichtig sein. Genau. Ich merke, weil ich hatte wirklich noch nie so einen Podcast mit jemandem wie mit dir. Ich meine das jetzt wirklich im Ernst. Was? Ich merke, dass du deine Wörter mega filtrierst und suchst, weil das in dir so programmiert wurde vor drei Jahren, dass du nicht so viel sagen darfst. Und ich weiß, du hast immer noch die Fassade, aber ich hoffe so sehr, dass du einfach diese Fassade jetzt einfach kaputt machst, weil ich mache diese Arbeit auch mit ganz viel Gegenwind, glaubst mir. Nicht jeder hat das gefeiert, was ich gesagt habe in meinem Podcast, aber ist mir scheißegal. Ja. Und das ist genau mein Road to Success. Und ich finde es mega schön, dass du das auch gerade jetzt eigentlich, ähm, ja, zugestimmt hast, dass du auch heute ein bisschen Angst hast, darüber zu sprechen, weil dir die ganze Welt den Arsch versohlt hat für das, was du wirklich bist. Du bist doch nur das authentische Ich gewesen und du hattest eine Meinung. Alle von uns da draußen hatten zu diesem Zeitpunkt auch eine Meinung. Aber du hattest die grössten Eier. Du hattest grössere Eier als ich. Ich sag's dir. Chapeau. Und ich rede schon sehr Kontrasachen und so. Und du hast alles richtig gemacht zu diesem Zeitpunkt. Und eines Tages wird die Welt erwachen. Und die werden dich feiern. Weil sie sehen, oh, hätte ich doch vielleicht diesen Gedanken damals gehabt. Punkt. Zu spät. Also, es ist mehr so, dass ich, äh, ich hab, ich muss einfach meine Schachzüge besser ziehen. Weißt du? Also, äh, weil ich hatte, ich hab ja wie so, von dem, wo ich lebe, also, es ist auch sehr schwierig, hochdeutsch zu reden für mich. Also, ich spür das. Also, ich spür das. Also, es ist wirklich, es ist so ein Muskel. Ja, aber weißt du, das öffnet dir eben auch den deutschen und den österreichischen Markt. Ja, aber dort bin ich ja noch nicht gecancelt. Das ist wie so. Das ist ja genau das Richtige für dich heute. Ja, komm an, nutz jetzt diese Fläche bei mir. Komm an. Nein, also. Leute, ich weiß, dieser Podcast ist ganz anders als alles, was ich bis jetzt gemacht habe. Und ich liebe es. Wieso? Was hast du bis jetzt gemacht? Ja, die sind halt so anders. Also, ich hab so, guck doch mal meine Podcasts, hä? Okay. Genau. Gut. Dann haben wir auch darüber gesprochen. Die Leute, die mich kennen, die wissen, dass eigentlich der Podcast nicht so, so sind wie jetzt. Es ist so einfach anders. Und ich geniesse es gerade, dass du diesen Vibe gebracht hast. Weil ich mich zurückhalte, oder was? Nein, weil ich hab ja das Gefühl, als wären wir beim Radio ein bisschen Podcast. Weißt du, so das Radiointerview mit diesen Fragen und so, diese kritischen Fragen und so. Und eigentlich ist es bei mir voll so spirituell und so. Hey, good vibes und so. Und jetzt gerade so diese Radiosituation. Aber ist gut. Aber was war die Frage? Die Frage war, ich weiß es nicht mehr. Was habe ich dir für eine Frage gestellt? Wir hatten das wegen der Angst. Und dann hast du eben gesagt, dass du dich auch zurückhalten musst, wegen dem Ort, wo du lebst. Irgendwie so? Ja, genau. Genau. Was ist denn dann mit diesem Ort, wo du lebst? Ich wohne wieder mit Familie und Freunden in einer WG. Also Cousine und ein guter Kollege von früher, vom Basketball. Und ja, das sind halt Leute, mit denen ich so Themen gar nicht anspreche. Weil sonst bricht gerade ein Krieg aus. Und ist auch besser so. Für alle. Für die Weib und so. Aber ich habe einfach gelernt, für mich selber, das alles für mich selber zu behalten. Weil ich bin, wer bin ich schon, zumindest mal jemandem sagen, was er zu denken hat. Ich kann nur das leben, an was ich glaube. Also ich kann es ausleben. Und wenn Leute das cool finden und mich fragen wollen, wie lebst du, was denkst du über was, über dieses Thema oder das Thema, dann kann ich dann antworten. Aber ich muss dann nicht mehr meine Meinung die ganze Zeit sagen, wie damals. Das habe ich wie so daraus gelernt. Mit diesen Wunden kommt man ja dann irgendwie auch klar. Aber was ja dann auch passiert ist, wenn wir jetzt weg von diesem Thema gehen, ist ja, dass du dann viel mehr connected wurdest mit dir selbst, mit deinem Körper. Das hat ja auch irgendwie dazu geführt. Ich bin ja nicht blöd, weil ich weiss auch als Vegetarian, also Vegetarian, Pestetarian zu Vegan, zu Raw Vegan, was ich auch heute noch zu Hause mache. Deshalb habe ich gesagt, du hast keine Ahnung, wie ähnlich wir uns eigentlich sind. Ich esse hier und da mal einen Fisch, wenn ich auf einer Insel bin. Aber ich ernähre mich ohne Milch, ohne Fleisch, ohne Eier zu 100 Prozent. Und vielleicht fünfmal im Jahr habe ich mal so einen Fisch. Okay. Genau. Aber sonst zu Hause. Aber ich bin Veganerin. Ja, zu Hause bin ich Raw Vegan, weil zu Hause will ich es so clean wie möglich haben. Okay. Genau. Und das hat ja auch dazu geführt, weil ich mich mehr mit mir selbst connected habe. Und ich weiss, diese Gedanken, die du in dir drin hattest, und das würde ich gerne, dass du uns erklärst, was das mit dir gemacht hat, dieser Werdegang von eben dieser Corona-Zeit zur Selbstfindung, zum Nutrition. Also, es hat alles angefangen mit halt Videos im Internet, Informationsvideos. Angeschaut. Ja. So der classic Rabbit Hole von den dunklen Wahrheiten aus der Welt. Conspiracy. Ja, und dann geht man rüber auf die schönere Seite, dann sagt man, okay, was ist denn schön, was ist denn, ich will nicht nur Negatives sehen, ich will auch Positives sehen. Und dann die positive Seite ist einfach die ganze Natur, Gott, dass einfach alles schon perfekt so da ist für uns Menschen. Wir müssen gar nicht, also die Technologie brauchen wir eigentlich gar nicht. Es ist alles schon in der Natur. Natur ist schon die größte Technologie. Unser Körper ist ja der größte Computer. Wir müssen einfach richtig programmieren. Und man kann ihn mental, also metaphysisch programmieren oder und auch physisch mit der richtigen Ernährung. Und dann bin ich auf Leute gestoßen, die gesagt haben, ja, um zu leben, musst du lebendiges Essen essen, konsumieren. Leben braucht Leben. Und dass wir eigentlich am schnellsten und am effizientesten Früchte verdauen und als Treibstoff brauchen. Aber das sind halt richtige Früchte. Die gibt es ja heutzutage nicht mehr wirklich. Die sind ja alle in Spanien und wo auch immer auf einer Farm kultiviert und in einem mineralarmen Boden. Wir brauchen ja 102 Mineralien im Körper und die Früchte, die wir im Laden kaufen, die billigen Früchte, die nicht bio sind, die nicht demeter sind, die haben halt dann nur drei Mineralien drin im Boden. Und das wusste ich, aber ich habe mich dann entschieden, Früchte-Diät zu machen. Ich habe zuerst Detox gemacht. Ich wollte einfach, durch Corona habe ich gemerkt, ich muss gesund werden. Ich will nicht mehr krank sein. Nein, ich hatte chronische Krankheiten wie Angina und ich war Allergiker. Also ich hatte Pollenallergie fest. Schon als Kind, von klein auf? Nein, ab sieben oder acht hatte ich plötzlich Pollenallergie. Aber Angina immer und immer krank. Jedes Mal, wenn ich ins Wasser ging, also am nächsten Tag war ich immer krank. Immer, wenn ich ins Freibad ging oder so. Und das waren so kleine, es war nicht so schlimm, aber das habe ich dann Wunder genommen, ob ich solche Sachen heilen kann, weil die meisten Sachen waren ja wegen Schwermetalle. Also ich habe wie so, durch meine Recherche habe ich gemerkt, aha, es ist sehr viel Schwermetalle, Metalle, die nicht leiten. Unser Körper ist ja elektrisch und wir müssen ja wie, das Nervensystem ist ja eine Leitung. Es ist ja wie Elektrizität und was leitet am besten Elektrizität, Kupfer und ganz viele richtige Nicht-Schwermetalle eben. Und es ist dann eben, man muss das detoxen, man muss dann die Schwermetalle rausbringen. Es gibt Selleriesäfte, man kann mit Selleriesaft eine Kur machen und dann das entgiften und es gibt ganz viele andere Saftkuren. Und dann habe ich mal eine angefangen, ich habe dann irgendwie drei Wochen lang nur Orangensaft getrunken und dann habe ich das, ich habe das gemacht, ich habe mich dann direkt besser gefühlt. Nach sieben Tagen habe ich schon gemerkt, boah, das ist eine andere Welt. Zu sieben Tagen nur Orangensaft? Nach sieben Tagen habe ich gemerkt, dass es mir besser geht, weil die ersten vier Tage war ich nur am kurzen. Aber das ist nur Orangensaft getrunken? Oder auch was anderes? Nur selber gepressten Orangensaft, ja. Also das, wo er dir damals empfohlen, also nur eine Frucht? Ja, Mono-Saft. Okay, nur eine, habe ich es jetzt noch nie gehört, aber das ist interessant. Weil das am effektivsten ist, weil der Körper nicht zu lange überlegen muss, also der Körper muss sich nicht wieder neu programmieren, weil wenn du etwas ins Mund nimmst, dein Saba, deine Flüssigkeit im Mund sagt deinem Körper, deinem Bauch, was es jetzt nehmen muss. Also dem Darm. Dem Darm, ja, sagt es dann, was für Nahrung, dass es extrahieren kann. Okay, spannend. Und darum hieß es ja einfach eine Frucht. Du hast dich wieder Orangensaft. Man konnte auch andere Fruchten nehmen. Die erste Saftkuchen, die ich gemacht habe, war mit Orangen. Nach drei Tagen war ich nur am kotzen, vierter Tag war schlimm. Weil das ist ja wie eine Entgiftung, die passiert. Dein Körper muss sich wie anpassen. Und das ist auch so eine Selbstdisziplin, weil du trinkst nur vier bis sechs Liter Saft den ganzen Tag. Also alle drei Stunden trinkst du wieder am halben Liter. Wussten das deine Mitmenschen, dass es dir dann so schlecht ging, der dritte, vierte Tag? Ich habe alle gewarnt. Also ich war damals noch mit meiner Ex zusammen und sie hat das schlimm gefunden. Sie fand das schlimm. Sie fand das scheiße. Wieso tust du dir das an? Das geht doch nicht. Und ich habe es versucht zu erklären, aber es war schwierig. Und ich war auch, es war wie so eine Notlösung zu einem größeren Problem, das ich in meinem Leben hatte, weil ich fühlte mich auch allgemein schwächer, weil durch all… Die Außenwelt, die dich kaputt gemacht hat zu dieser Zeit? Also alles, was vorhin passiert ist, vor Corona, das war so, ich war in einem riesen Hype mit Videos, mit Bekanntsein in der Schweiz und mit Partys. Ich habe Partys veranstaltet, ich wurde gebucht, um Party zu machen, ich war gebucht, um zu hosten. Also habe ich viel Alkohol getrunken, sehr viel einfach konsumiert, Alkohol, Drogen, alles. Das war diese ganze Ausgangswelt, diese ganze Partywelt. Und ich wollte unbedingt einen riesen Switch machen und gesund werden. Und das war wie so ein, ich hatte mir viel Druck gemacht, weißt du, einfach so schnell wie möglich gesund werden. Und darum hatte ich auch diese Selbstdisziplin und konnte mich wirklich so in so einer Extremsituation stecken, wie drei Wochen Saft trinken. Aber ich hatte mich auch informiert zuerst. Genau. Ich war bei einem Coach, der das gemacht hat. Also Raw Vegan, der hat jetzt alle Institutionen. Er hat sich nie Raw Vegan genannt. Also er hat immer gesagt, er ist einfach ein ganzheitlicher, er isst einfach ganzheitliche Nahrung. Also von Grund auf, nichts, wo processed ist. Kein processed food. Alles, was er kocht, ist unter 50 Grad gekocht, gedämpft höchstens. Und einfach eine Frucht und Früchte sind ja alles. Das ist ja auch Kürbis, Gurke, Tomaten. Avocado. Avocado ist eine Frucht. Alles, was einen Kern hat. Und Süßkartoffeln auch. Reis ab und zu auch. Das hast du gegessen. Aber er hat dann gesagt, man muss viermal, also er hat viermal im Jahr Detox, also Saftkur gemacht, ja. Okay. Also zweimal im Jahr Saftkur und sonst andere Sachen. Das machen ja eigentlich viele, das ist ja nicht so schlimm. Aber dir ging es dann richtig schlecht nach drei Tagen? Nein, 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 also das ist ja nur der Übergang. Aha, der Übergang, okay. Nach drei Tagen kotzt du, das ist wie so die Reinigung. Und dann die letzten, also die 21 Tage geht es dir super. Also und dann isst du wieder langsam nach den 21 Tagen, isst du wieder mit, du fängst dann mit einfach verdaubarer Nahrung wie Früchte, am besten so reife, so reif wie möglich. Da sind sie ja ganz weich und ganz süß. Das ist wie eine schwarze Banane, wo jeder hasst, aber eigentlich ist sie super. Ja. Genau. Schwarze Banane, aber schwarze Banane ist ein bisschen schwieriger zum Verdauen als zum Beispiel eine Zwetschge, eine Reife. Das ist so geil, wie du das einfach so diese Infos droppst. Wirklich so unerwartet. Ich rede von Bananen und du sagst gerade, eine Zwetschge ist besser zu verdauen. Wusste ich nicht. Ja, Banane kann, also wenn es nicht ganz reif ist, ist es ja noch stärker. Wie eine Kartoffel. Also nicht ganz wie eine Kartoffel. Zum Verdauen. Ja, also ist es ein bisschen schwieriger zum Verdauen. Aber wenn sie reif ist, dann wenn sie schwarz ist, dann ist es ja wie, es ist ja pures Zucker, es ist ja Glucose. Ja. Und das gibt ihr dann richtig Energie. Okay. Ich habe das gemacht und dann wollte ich raw vegan werden, aber ich hatte mich zu wenig vorbereitet. Weil man muss unbedingt, Mineralien sind das Wichtigste. Mineralien geben dir alles. Also Mineralien sind wirklich die Autobahnen von deinem Körper. Ja. Also das ganze Nervensystem ist auf Mineralien angewiesen. Und ich habe das voll ignoriert. Ich dachte, ah, in den Früchten gibt es genug Mineralien. Aber das ist nur so beim Äquator. Also wenn du wirklich deine eigenen Früchte anpflanzt. Deine Farm hast. Genau, wenn du alles selber machst. Aber wenn du es in Aldi einkaufst oder im Migros oder im Coop, dann bekommst du einfach die Früchte haben vielleicht 30 Prozent der Nährstoffe. Von der ganzen, die es eigentlich hat. Genau, von der Originalflucht. Und ich hätte mit Seamoss Supplementen sollen oder mit Algen. Also Kombualge hat richtig viele Mineralien drin. Seamoss hat 92 von den 102 Mineralien. Was ist Seamoss? Seamoss ist Moos aus dem Meer. Ach so. Ja, man braucht ja Omega-3, oder sagt man immer, vom Fischöl. Aber die Fische essen ja Algen. Und du kannst ja direkt Algen essen. Ich liebe auch Algen beim Chinesen. Das ist etwas, was ich immer bestelle. Ich liebe Algen. Das ist ja die älteste Pflanze der Welt. Und alle Völker, die am Meer leben und Algen konsumieren, leben am längsten. Also Japaner, die leben ja alle bis fast 100. Und das ist weil sie so viel, genug Mineralien in sich haben. Und ich hatte dann eben nach neun Monaten nur Früchte und Gemüse konsumieren, hatte ich dann wie eine Anämie. Ich habe wie gemerkt, es geht mir nicht mehr gut. Weil ich hatte, ich hatte, und ich dachte, ich dachte jetzt eine Wasser, ich dachte eine Wasserkur wird mir jetzt helfen. Nur Wasser? Ja, ich habe dann acht Tage lang. Sungazing gemacht? Nein, 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 acht Tage lang einfach nur Wasser getrunken. Aber wie sagt man dem schon wieder? Destilliertes Wasser. Okay. Wieso hast du das damals gedacht, dass das jetzt die beste Lösung ist, wenn es dir schon schlecht gegangen ist? Dass du dann nur auf Wasser umsteigst, ohne dass du supplementierst? Ich dachte, ich hatte etwas im Körper, das nicht hier sein sollte. Ich dachte, ich hatte noch irgendwelche Schwermetalle, aber es war nicht möglich. Und ich habe dann wie gemerkt, ah, weil ich habe dann den Coach gefragt nach langer Zeit. Ich so, hey, irgendwie habe ich Wassereinlagerungen und ich kann mich an nichts mehr erinnern. Und ich habe, meine Finger werden die ganze Zeit taub und meine Zehen auch. Ich habe immer unnötig kalt. Ich habe keine Lust aufzustehen. Also ich kann nicht mehr aufstehen. Ich will den ganzen Tag rumliegen. Aber du warst ja schon ultra dünn zu diesem. Also du bist ja jetzt auch, du bist ja schlank gebaut. Du warst aber dünner als jetzt. Und dann hattest du aber noch Wassereinlagerungen. Ja, ich sah fett aus, aber ich war immer noch dünn. Und ich konnte richtig viel essen, aber es hat nichts aufgenommen. Ich hatte einfach nur einen dicken Bauch und es ist direkt alles wieder raus. Und dann meinte er, mach mal ein Blutbild, weil es sieht nach B12-Mangel aus und Eisenmangel. Und dann habe ich einen Bluttest gemacht. Und es war genau das, es war B12-Mangel und Eisenmangel. Und durch Eisen und B12 nimmt man ja die meisten anderen Mineralien und Vitaminen auf im Magen. Und das ist das Wichtigste, was du nicht gemacht hast. Mit Vitamin B12. Und ich hatte ja nicht, ich hatte vergessen Supplementen, also Nahrungsergänzungen zu nehmen. So krass, jeder Körper ist ja wirklich anders. Ich habe in diesen Jahren nie so speziell supplementiert. Also wie ich es mache, ich habe so, ich arbeite mit B12. Und er meinte, ja, er meinte, dass es, wenn, also mein B12-Mangel war so richtig, es war riesig. Er meinte so, wie bist du überhaupt hier hingekommen, der Arzt? Also er hat das noch nie gesehen, so tiefe B12-Werte. Ich hatte irgendwie 90. Also 90, keine Ahnung, was die Einheit ist. Und das Minimum, das Tiefste, was man haben kann, ist so 200 oder so. Also, aber der Grünbereich ist so riesig, es ist zwischen 200 und 800 Einheit, B12-Einheit. Und das ist 90, ja. Ja, und ich hatte 90, das ist nichts. Krass. Und B12 kriegt man am meisten nach der Geburt, beim Stillen von der Muttermilch. Und B12 wird gespeichert, 5 bis 25 Jahre lang im Körper. Und das heißt, wenn ich so einen riesen Mangel hatte, das heißt, ich hatte seit 5 Jahren schon einen Mangel. Weil du zu diesem Zeitpunkt 20 warst, oder so, oder wie? Ja, also, nein, vor allem, dass es so tief war. Ah, weil es ja gespeichert wird, dann baut sich das noch mehr ab. Ja, seit 5 Jahren war es schon am Abbauen. Hast du dann kein Fleisch zu dir genommen, 5 Jahre lang? Doch, also ich habe, bis 2020 habe ich Fleisch gegessen. Aber nicht ausreichend, damit B12 man halten kann auf einem guten Level. Also ich hatte nie, also Fleisch mochte ich einfach nie. Also meine ganze Kindheit ja auch schon, ich hatte Fleisch nicht so gern. Also Pule und Rinder ein bisschen. Das heißt Geflügel, auf Hochdeutsch. Geflügel. Genau. Schweizerdeutsch. Genau. Und ich habe dann aufgehört, Fleisch zu essen wegen der Verdauung. Ich bedauerte es schlecht. Und als ich dann aufgehört habe, mit Fleisch zu essen, konnte ich viel mehr essen dann auch. Ja. Aber das hat dann sicher dazu gebracht, dass mein B12-Mangel noch schneller runter ist. Und dann? Ja, und dann habe ich einfach eine Spritze bekommen, letzten Sommer, vor allem ja. Wann war das mit der Raw Vegan Phase? Vom November 2021 bis Mai 2022. Du hast es sechs Monate geschafft, Raw Vegan zu sein. Ja, ein bisschen länger. Ja, es war November 2021 bis 2022. Das sind sechs Monate, ja. Ja, genau. Sechs Monate hast du dir Zeit gegeben, aber… Da war ich sechs Monate strikt, ja. Strikt. Wie hat das dein Umfeld aufgenommen? Und hast du auf Social Media dann das auch promotet, dass du das machst? Also promotet, darüber erzählt. Was hast du für Reaktionen bekommen vom Umfeld und von den Followers? Ich habe sogar Kurse gemacht, so Detox-Kurse. Zwei oder drei. Mit anderen? Mit Leuten, ja. Sie konnten sich anmelden. Cool. Und dann haben wir… So eine Woche, zwei? Ja, da haben wir jetzt 14 Tage lang Detox, nur Früchte gegessen. Wie viele waren da dabei? Einmal um die zehn und einmal um die zwanzig Leute. Und das waren aber so treue Followers, die mal einen Detox machen wollten. Ja, die haben schon mal davon gelesen irgendwo. Und dann haben sie sich bei mir in der Story gesehen und sie so, hey, würde ich mich interessieren? Und viele haben dann auch gemerkt, wie sie abnehmen schnell. Ja, logisch. Man nimmt sehr schnell ab. Und wie man eigentlich Früchte unterschätzt. Also man denkt immer, ein Löffel, ein Apfel reicht, aber man kann zehn Apfel essen. Man kann viel mehr Früchte essen, als man denkt. Also weil das ist ja so einfach zu verdauen. Und wenn man nichts anderes isst, dann kann man wirklich schnell zehn Kilogramm Früchte essen. Und man liebt es. Also ich liebe es. Und es gibt so viel Energie. Es ist so, es ist ja Zucker. Du bist immer, boah. Genau. Also es ist ja wie die ganze Zeit Süßigkeiten essen. Oh. Und mit dem Mineralmangel, ich hatte, haben sich meine Zähne nicht mehr remineralisiert. Das hast du vorhin erwähnt. Ich war schockiert. Ja. Bei deinem Zahnarzt. Und dann habe ich wie, ich hatte 25 Löcher. Also Oberfläche hier. Das ist so krass. Oben. Weil du sechs Monate lang einfach zu wenig Mineralstoffe zu dir genommen hast, haben sich deine Zähne von selbst kaputt gemacht? Ja. Also sie hatten keine, in der Nacht remineralisieren sich die Zähne und bekommen wie eine Schicht, einen Schutz. Und das hat sie nie gemacht. Zahnschmelz heisst das, oder? Ja, ich glaube. Ja, okay. Und beim Zähneputzen, ich hatte dann, dazu habe ich dann meine eigene Zahnpasta gemacht. Logisch. Vegan, oder? Ja. Ja, kenne ich alles. Mit Bicarbonat, also mit Natron. Diese dunkle. Und, nein, nein, das ist, ja, Kokosnussschalen, Aktivkohle. Okay. Aktivkohle, Natron und, wie heisst das wieder? Kokosöl, ja. Essbares Kokosöl. Mit dem habe ich meine Zähne geputzt. Und das war ein bisschen zu aggressiv. Also du hast selbst erstellte Zahnpasta? Ja, ich habe alles selber gemacht. Naja. Ich war voll vegan. Also voll so alternativ. Und keine Kleider wahrscheinlich eingekauft? Nur noch Bio, Organik? Nur noch Leine, Baumwolle, nur so leitbare Kleider, keine Polyester, kein Plastik. Hast du dich aber zu diesem Zeitpunkt besser gefühlt, wenn du auf alles Acht gegeben hast? Oder findest du es halt dich? Ja, also ein kurzer Moment schon und dann mit dem, nein, Mineralien sind das Wichtigste. Also ich habe das Wichtigste habe ich immer ignoriert. Ich habe es voll falsch gemacht. Spannend eigentlich, wie dein Leben, was du dir erstellen wolltest, passt einfach nicht zu diesem Land. Weil so wie du leben würdest, weil so wie du leben würdest, das müsste irgendwo anders sein, mit einer Farbe, mit den gleichgesinnten Menschen. Dann würde es für dich funktionieren. Ich wollte ja ausreisen, ich wollte nach Bali gehen, ich wollte, also entweder Bali oder Costa Rica, es gibt so ganz viele so Ausreise. Was hat die Familie gesagt? Was? Was hat die Familie gesagt? Hättest du das jetzt gemacht und wärst du weggezogen für diesen Lifestyle? Ich fand es schade, also traurig. Weil sie wussten, wenn ich gehe, dann sehen sie mich nie mehr. Ja. Weil ich kann sehr schnell einfach auf alles scheißen. Meine Familie nennt mich auch Egoist, aber ich sehe es nicht als Egoist. Es ist mehr so, ich schaue einfach für mich, es ist gesünder, wenn wir alle für uns selber, also wenn ich auf mich achte, dass es mir gut geht, dann muss niemand auf mich schauen. So gesünder Egoist. Ja, das ist schon mal eine Last, die wegfällt. Also es ist doch viel schwieriger, auf andere zu achten, wenn man nicht mal sein eigenes Leben im Griff hat. Weil die meisten Leute machen das ja gerne, also sie schauen lieber auf jemand anderes, aber vergessen sich selber, und machen sich so selber auch kaputt und dann hätten sie eine Last für jemand anderes, weil sie sich selber kaputt gemacht haben, indem sie jemand anderem helfen wollten. Aber wenn jeder zu sich schauen würde, würde jeder auf sich achten, dann hätten wir weniger Probleme. Wann hast du das verstanden im Leben? Das Prinzip, wie einfach es ist, aber doch von anderen nicht verstanden? Für mich war das schon immer logisch, aber keine Ahnung. Ich habe das gelernt, indem ich mit den Eltern immer alle vier Jahre weggereist bin. Weil mein Vater ist Diplomat, also wir waren alle vier Jahre in einem anderen Land, das heißt, wir mussten alle vier Jahre neue Freunde, neue Leute kennenlernen, uns verabschieden von anderen Leuten, von Freunden. Ich habe noch nie, ich habe keine Kindheitskollegen, Freunde. Ich habe diese Last nicht, weil ich sehe es manchmal als Last. Deshalb kannst du mit Switch schnell umgehen. Für dich ist es ein neues Land, ein neues Leben, ich bin da. Ja, genau. Neue Freunde kreieren, du findest dich selbst zurecht irgendwie. Ja, genau. Ja. Aber manchmal braucht man Freunde. Aber die richtigen, das habe ich auch gelernt. Findest du, du hast jetzt richtige Freunde in deinem Leben? Ja, wenige. Ich habe vier, die ich vertraue. Vier Leute, die ich weiß, okay, auf die kann ich mich verlassen. Aber mehr brauche ich auch nicht. Ja. Und Familie. Familie kann ich mich immer darauf verlassen, auch wenn wir ganz, ganz verschieden denken. Weil das haben sie mir bewiesen. Aber es ist auch immer so eine Familie kann man auch, wie sagen wir das, es ist auch wie so eine Pflicht, die man auch vielleicht, wie sagt man, abusen kann. Man kann auch Vorteile nehmen, also wie so, man kann es missbrauchen. Missbrauchen, genau. Ich finde es wirklich so spannend, wie du das so ehrlich und transparent zeigst, weil das, wie du heute das alles teilst, du bist nicht der Einzige, der durch irgendwas durchgegangen ist oder immer noch durchgeht. Jeder von uns macht irgendetwas durch. Bloß sprechen die wenigsten darüber. Und deshalb habe ich dir zu Beginn gesagt, du hast wahrscheinlich die grösseren Heier sozusagen als viele da draussen, weil du darüber transparent sprechen kannst. Und was ich an dir bewundere, ist, dass du in deinem Alter mega fortgeschritten bist. Du bist wirklich intelligent. Ich meine das im Ernst. Ja. Die Leute unterschätzen dich. Also ich sehe das, ich bin 30 und ich habe mit x-tausenden schon gesprochen auf dieser Welt. Du bist nicht ein dummer Sieg. Nein, dummer Sieg. Weisst du, was ich meine? Du bist wirklich so intelligent, aber es wird missverstanden. Ja. Ich wünsche mir, ich wäre dümmer. Ich auch einmal. Wenn du dann sehst du Sachen unserer anderen Perspektive. Du wärst so unternehmerisch und würdest einfach etwas machen, was Sinn macht. Du bist einfach nur du. Du bist einfach nur du. Und das ist genau das Schöne. Wenn du jetzt zurückschaust, nach all dem, was du heute geteilt hast, bereust du, dass du diesen Weg gegangen bist? Nein, nein, nein. Ich sehe das Leben sowieso als ein… Es ist ja wie… Ich bin hier, um Lektionen zu lernen, weil ich vielleicht… Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich sterben werde oder so. Also körperlich schon, aber… Reinkarniert. Ja, man kommt immer wieder zurück, aber es ist meine einzige Chance, jetzt so viel Fortschritt zu machen in meinem Leben und so viel zu lernen, wie ich kann, damit ich vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist es mein letztes Leben, vielleicht nicht, aber ich versuche mein Bestes, um einfach alle Aufgaben zu erfüllen, die man wie machen muss. Weil für mich ist jetzt wie so, mein Vorbild, früher waren es Comedians, weil Comedians, die bringen wie so Glücklichkeit, die heilen dich durch Lache. Du kannst lachen, wenn du lachst, ist es… You release negativity. Ja, das ist das schönste Gefühl, ich liebe Lachen. Aber es gibt ein weiterer Weg, also es gibt ein anderer Weg, der dich auch heilt und das ist einfach Bewusstsein. Wenn du einfach bewusst wirst von der Welt und von der Erde, weil das sind ja zwei verschiedene Sachen, beruhigt dich das. Also du hast ganz viele Angst, die einfach wegfällt und das ist wie das Göttliche. Wenn du ein Vorbild hast, wie ich komme vom Christentum und dort haben wir Jesus Christus und dieser Weg ist wie so, wenn du ihn anschaust, bist du so, okay, wow, er hat etwas anderes, es gibt andere Aufgaben, die viel wichtiger sind auf der Erde. Und diese, wie sagt man dem, Virtues, Tugend, diese sieben Tugend, die machen dann irgendwann immer mehr Sinn. Mit dem Alter. Mit dem Alter, ja. Bis dann mal so, aha, die sieben Tugend machen schon Sinn, das ist schon so, dass es sieben Sünden gibt und jedes Mal, wenn man dann in eine der Sünden reinfällt, dann merkt man, ah, okay, das hat was. Vielleicht sollte ich mal den richtigen Weg einschalten, einfach mal das probieren. Ich habe es probiert, aber es ist viel schwieriger. Ich habe das probiert, dieser Tugend zu folgen, aber es ist halt… Society. Ja, es ist eben, die Familie, deine Freunde, das Umfeld, du musst so vieles einfach aufgeben dann. Da ist jetzt die Frage, wie hilft dir die spirituelle Welt in der heutigen, lauten Welt, dich nicht zu verlieren? Mein Algorithmus, mein Handy, mein Algorithmus zeigt mir die ganze Zeit Sachen, die ich schon lange angeschaut habe, aber vergessen habe. Weil ich habe mich wirklich, das letzte Jahr habe ich mich wieder verloren, also ich bin wieder in der Welt, in der Matrix, würde ich sagen. Weil ich habe mich, vor einem Jahr, als ich dann B12 genommen habe, die erste Spritze bekommen habe, ich hatte wieder Lust, meinen Körper zu brauchen, ich habe mich wieder gespürt. Ich konnte mich wieder aktivieren, ich hatte wieder Motivation und ich bin dann arbeiten gegangen. Ich habe in einer Dönerbude gearbeitet, Shisha-Bar und dann habe ich so Bühnenbau gemacht. Also nach diesem Social-Media-Star-Life bist du einfach mal auf den Boden gekommen, was eigentlich so jeder da lebt, aber dass es nicht die spannende Welt ist für Social Media. Was? Ja, du weisst, was ich meine. Die spannende Welt, oder? Ja, die spannende Welt ist ja eben diese Witzereise. Aha, ja, genau. Das ist frei, das ist wie so, wow. Das andere ist Real Life. Ja, das ist so, ich kannte das nicht, ich hatte noch nie einen Job und dann musste ich das wie erleben. Also ein Freund von mir hat gesagt, weißt du was, das tut dir jetzt gut, wenn du jetzt arbeiten gehst, da wirst du sehen, was du hast, ja. Da wirst du dankbar sein, für was du hattest. Und ja, ich habe dann gearbeitet bis im November und ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, ja, nach dem Ed Sheehan-Konzert, als ich so die Bodenplatten am Einräumen war und so ohne Handschuhe nach dem Regen, so mit getrocknetem Bier auf dem Palette und es war so ein volles Tampon auch. Auf meiner Palette habe ich gemerkt, okay, ja, Videos machen macht mehr Spass, Content zu kriegen, macht schon mehr Spass, aber... Sorry, aber ist es nicht gerade krass, dass du die Paletten vor der Bühne zusammenräumst und du mal auf der Bühnenfläche warst? Ja. Was hat dir das Leben dann zu diesem Zeitpunkt genau beigebracht? Ich habe dann einfach wie so mein, ich habe meine, meine, meinen Wert habe ich angeschaut, ich so, was kann ich denn? Ich kann ja, ich kann Leute zum Lachen bringen, ich kann reden, ich kann, ich habe eine Plattform, Leute kennen mich, man kennt mich immer noch, also es war auch so, jedes Mal bei jeder Arbeit, überall, wo ich gearbeitet habe, haben mich schon alle, wirklich immer 50 Prozent haben mich schon gekannt. Ich kannte mich von den Videos... Von den Bewerbungen auch, wahrscheinlich. Alte Leute, alte Leute nicht, aber immer die Jungen, die so alt waren wie ich, die kannten mich immer alle, so, hey Gabi, was machst du da? Hey. Die meisten dachten, ich filme etwas, das war auch lustig. Ich war mal, ich habe bei einer Shisha-Bar gearbeitet und ich musste die Kohle wechseln und das macht ja immer so, das ist die schlimmste Arbeit. Und einer meinte, er hatte mich erkannt, er so, sind ja bis in der Firma, also seid ihr, filmt ihr was? Ist das eine versteckte Kamera? Und ich so, nein, nein, ich arbeite hier. Aber es war auch lustig, ich fand es verdammt lustig, weil einfach das Anschluss schauen, diese Reaktion. So nahbar zu sein. Einfach wie das, die Leute hatten Mitleid, also das in ihre Augen gesehen, sie so, ich habe mal, ich habe mal... Dich vergöttert. Mal vergöttert, ja, ich habe mal Videos von ihr gesehen und ich wollte mal dein Leben haben und jetzt bist du da am Arbeiten. Und als Paar haben wir es auch genossen. War das für dich hart? Nein, für mich war das ja so egal, weil ich war ja sowieso mit in meinem Vitamin B12... In deiner göttlichen Welt. Ja, und vor allem in meinem Vitamin B12 machen. Ich war ein bisschen dement, ich war immer noch am... Drunk in B12. Ja, 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 erst im November, als ich dann die letzte Spritze bekommen habe, ich hatte ja jeden Monat, musste ich eine Spritze bekommen. Und erst dann habe ich dann gemerkt, ach, warte schnell. Und ich war auch nicht selbstbewusst, weil wegen den Zähnen, ich hatte 25 Löcher in meinen Zähnen und meine Zähnen waren immer das Schönste. Alle haben mir immer gesagt, oh, du hast so schöne Zähne, du hast so schön... Und dann plötzlich, ich konnte nicht mehr wirklich lächeln, ich habe immer so geredet. Nein, ach. Und dann habe ich meine Zähne repariert, Ende Oktober. Und ich hatte ja schon auch Videos angefangen, weil während dem Arbeiten hatten mir die ganze Zeit Leute gesagt, also in der Dönerbude, in der Shisha-Bar, auf dem Bau, auf der Baustelle auch immer, hey, mach doch wieder Videos, wieso machst du keine Videos, wie darfst du auch? Ich habe mich daran erinnert, ja. Ja, wieso? Ey, du warst der Beste, du warst der Lustigste, wieso hast du nicht... Aber wir haben weitergemacht und ich so, ja, wollt ihr das wirklich? Weil ich dachte, ich war wie beleidigt. Also ich war ein bisschen wie so, ich mache nie mehr Videos. Ich gehe jetzt arbeiten, jetzt mache ich einfach den normalen Weg, mal sehen, was jetzt passiert. Ich war, also als ich angefangen habe zu arbeiten, war für mich wie klar, ich mache nie mehr... Ich war wie beleidigt. Ich war beleidigt auf, keine Ahnung auf wen, auf alles, auf die Welt halt. Auf die Welt, die dich verurteilt hat. Ja, genau. Und dann habe ich wie gemerkt, und dann ist so, ja, ich mache keine Videos, ich wurde ja gecancelt, ich bekomme eh keine Reichweite mehr mit meinem Namen, weil es war ja mein Name, der gecancelt wurde. Also meine E-Mail-Adresse, überall wo ich mit dem Account angemeldet bin, mit der E-Mail-Adresse, wurde ich gedrosselt. Gedrosselt im Sinne von... Von der Reichweite. Ich hatte 100.000 Abonnenten, ich habe immer noch 100.000 Abonnenten auf Instagram. Aber meine Reichweite war so, ich konnte höchstens 30.000 Leute erreichen mit einem Video. Instead of? Wie viele hattest du früher? Früher immer 200.000, 150.000, immer mindestens 100.000. Okay, es ist ja bei allen ein bisschen runter. Genau, schon, aber von 100.000 auf 30.000 ist wirklich so runtergedämmt worden. Genau, und dann irgendwie auch nur 1.000 Likes, so 2.000. Und ich habe dann einfach gepostet, es war mir egal auf Instagram. Aber auf TikTok ist es einfach, Reichweite zu generieren. Weil du musst nur verstehen, wie du in den ersten drei Sekunden einfach irgendetwas packend sagen musst, dass sie weiterschauen. Es ist ganz einfach auf TikTok. Ja, voll, habe ich auch gemerkt. Erst seit dem Monat. Voll krass. Und dann explodierst du, also fast jedes Mal. Und wenn du jetzt etwas Spezielles machst. Bei mir gehen die viralsten Videos, die Videos, wo ich mich null Mühe gebe. Es regt mich so auf. Jedes Mal, wenn ich irgendein Video mache, das einfach kein Effort braucht. Einfach irgendeine Story von jemandem, der mich gefilmt hat. Und ich habe ihm dann gesagt, ey, kannst du das Video airdroppen bitte? Ich will das haben. Ich will das vielleicht posten. Mein letztes Video zum Beispiel ist so ein Video, ich bin einfach, ich schaukle mit dem Stuhl und fange mich so auf mit den Armen. Okay, weil ich groß bin, kann ich das. Ich so, das ist der Vorteil, wenn man groß ist. Man kann einfach schaukeln und man fällt nie ganz runter. Ja, wäre für dich. Ja, oder ein anderes Video ist, wie ich umfalle. Geht auch, ist auch viral gegangen. Aber wenn ich so Sketches mache, wenn ich mich anstrenge. Okay, das ist auch, weil ich auf Schweizerisch rede. Ja, aber siehst du, effortless. Als ich diese Interviews begonnen habe, hatte ich früher so Fragestellungen vorbereitet. Heute mache ich alles ohne Script und die laufen viel besser. Authentisch. Viel besser, dann habe ich gemerkt, das ist my purpose. Also eigentlich weißt du ja schon, für was du geboren bist. Wieso überlegst du dir noch überhaupt, ob du scripten solltest? Du sollst es einfach nur aufnehmen und be yourself. Ja. Nein, nein, das ist ja meine Strategie seit immer. Planlos geht der Plan los, oder? Plan los geht der Plan los. Ja. Noch nie gehört? Noch nie? Never. Geil, danke. Doch, das ist mein Motus. Und ich sage immer, in den Unknown passieren die großen Miracles. Etwa das gleiche, einfach anders gesagt. Und so bleibt das Leben auch spannend. Ja. Also ich habe jetzt auch gemerkt, organisiert sein hilft auch ein bisschen, aber man muss wie so eine Balance finden zwischen Spontanität und… Ja, aber hast denn du jetzt einen Plan? Oder bist du planlos? Nein, 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 ich habe einen Plan. Ich möchte wieder mit Bühnen, also Comedy habe ich auch die ganze Zeit weitergemacht. Also ich war jeden Mittwoch, haben wir ein Open Mic in der Langstraße in Zürich. Open Mic ist so, man kann, es ist Open Stage, man kann einfach auf die Bühne und einfach planlos seine Witze erzählen. Ist das jeden Mittwoch? Ja, aber jetzt haben wir gerade Sommerpause bis Mitte August. Da muss ich mal vorbeikommen. Ja, es ist wirklich… Nur mit Einladung. Ganz klein. Nur wenn du einladest. Ja, okay. First Row, bro. Ich sage dir, aber es ist gratis, weißt du, es ist… Also wie in den USA? …um ihre Witze zu testen. Ja, genau. Okay. Weil es gibt es in Berlin zum Beispiel, kannst du an einem Abend, kannst du dreimal auftreten in drei verschiedenen Locations. Aha. Jeden Tag, siebenmal in der Woche. Cool. Und wir sind am Anfang, ich und Kiko, Kiko ist auch Comedian, sind dann immer auf Berlin gegangen, mussten dort auf Hochdeutsch Comedy machen und dann fanden wir, wieso machen wir das nicht in Zürich. In Zürich gab es schon ein paar, so auf Englisch gibt es, es gibt mehr auf Englisch als auf Deutsch. Ja, immer. In Zürich. Ah, auch? Echt? Ja. Wir haben englisch sprechende Comedians. Ja. Also es gibt ganz viele Schweizer Comedians, die auf Englisch Comedy machen, weil es einfach in Zürich besser läuft mit all den ausländischen Arbeitern und so. Spannend. Für die Ausländer in Zürich, ich glaube, die finden sich, weil es ist schwierig in der Schweiz Freunde zu finden, vor allem Schweizer-Deutsche Freunde, also dann an so Gatherings, an so Comedy-Abends, da finden sich die Leute. Zürich hat sich so entwickelt. Ja, ja, die reden, 50% reden Englisch dort. Ja. Mit all den Google-Arbeitern und so. Stimmt, stimmt. Aber du bist auch gut im Englisch, das wäre auch was, ne? Ja, genau. Ist das dein Plan? Mehr Videos zu machen, wo ich nicht rede, ja, wäre vielleicht ein guter Plan. Weil ich bin auch beweglich, meine Comedy ist schon mehr beweglich. So, ja, Mimik und Gestik. Ich weiß noch nicht. Also guck, du hast Basketball hingeschmissen für Comedy, jetzt lebt das auch. Nein, nein, ich will Comedy machen, ich weiß, dass es meine Bestimmung ist und ich mache das am liebsten und am einfachsten, aber ich möchte anfangs nächstes Jahr, werde ich touren in der Schweiz, werde ich Comedy machen, ein Solo-Programm. Und was heißt dann auch zwei Zäh? Zwei Zäh? Zwei Zehn. Zwei Zehn. Auf Schweizerdeutsch siehst du Zehne sind Zäh. Ja, genau. Zwei Zehn. Okay. Auf Hochdeutsch müsste ich zwei Zehn sagen. Genau. Also Füßens. Was anderes. Ja. Machst du alles alleine oder ohne Management? Ich habe einfach einen Agent, der Tim Tanner. Okay, der ist sehr gut. Das ist der, ich glaube, der ist der Sohn vom Manager von Divertimento. Und ja, er macht ja alle anderen Comedians macht er auch. Also, ich habe einfach ihn angefragt, ich so, ey, kannst du mir ja wieder helfen, Buchungen zu finden, mich zu buchen? Und ich habe dann, ich habe auch ein paar Bookings bekommen das Jahr wieder. Super, komm jetzt. Ja, danke. Echt? Weil ich war auch dort in der Comedy-Welt, auf der Bühne war ich auch blacklisted. Also, er sieht dann, ja, nein, den wollen wir nicht, wir wissen nicht, was der dann auf der Bühne erzählt. Und mit Videos einfach, ich will einfach wieder, nicht kommerzieller, aber ich habe jetzt wieder auch ein paar Deals, wo wir im Gange sind. Und ich fange wieder ein bisschen an, Werbung zu machen, aber einfach nur für Produkte, die ich auch selber cool finde. Also jetzt so Fanta, Coca-Cola, wird nie mehr was passieren. Also, auch aus ethischen Gründen, aber auch, weil sie mich gedroppt haben. Very honest. Ja, und, äh... Also, ernährst du dich dann heute immer noch vegan? Nein, ich bin vegetarisch. Vegetarisch, bist du unterwegs? Ja, weil, unterwegs ist es schwierig, also, weil wenn ich vegan essen will, dann ich kann nicht so ein veganes Pulli essen oder so, oder das Beyond Meat. Bin ich auch kein Fan. Ab und zu gibst mal Eat Planted, gibst manchmal auf dem Teller, damit ich irgendwie was anderes gestalte, aber sonst ist es bei mir einfach alles geschnippeltes. Rohzeug, ab und zu mal ein Reis oder Quinoa, aber das ist nur zu Hause, weil auswärts esse ich so anders, verschieden vegan oder raw vegan oder mal einen Fisch so, ich will zu Hause einfach clean essen, ohne Oil, ohne Salz. Genau. Einfach wie Gott es erschaffen hat. Zu Hause, eben genau, wenn ich koche, dann ist es voll vegan. Also, da mache ich einfach meine Rezepte, die ich gemacht habe, als ich noch Rohkost gegessen habe und so, mache ich einfach Salat, manchmal einen Caprese-Salat, okay, mit Mozzarella. Aber, ähm, wenn ich auswärts esse, dann ist es mir egal. Also, ich habe sogar Fisch gegessen, das letzte Mal. Ja. Weil draußen überall, wo wir hingehen, es ist ja sowieso alles halt in der Küche gemacht und du weisst halt zu Hause, wie du das am besten für dich machst. Zum Beispiel, ich esse kein Dressings, ich mache das mit Zitronensaft. Also, weisst du, so extrem halt. Und wenn ich halt jetzt irgendwo eine vegane Dressing bekomme, okay, dann hat jetzt erstmal mein Körper. Das ist so meine Balance zwischen meiner inneren Welt und der äusseren Welt und der Kompromiss ist, wir finden uns. Ja. Genau. Das muss ich aber auch, weisst du, das Ding ist, was du heute geteilt hast, ich verstehe jeden einzelnen Gedanken von dir. Und ich habe dir gesagt, wir sind gar nicht so verschieden. Weil mit 21 wurde ich auch viel bewusster. Und das ist genau ein Curse und ein Blessing at the same time. Du wirst dir bewusst über Energien, was habe ich auf meiner Haut, was nehme ich ein, mit wem führe ich eine Konversation. Diese Welt da draußen, die ist zu laut. Was ist das eigentlich alles für Bullshit, was wir da draußen haben und die Leute konsumieren das und verstehen das noch nicht. Und diese Awakening, die kommt eines Tages bei jedem. Andere haben es ein bisschen früher, andere viel später. Aber bevor du stirbst, hast du diese Awakening-Phase bestimmt mal erlebt. Ja. Und es ist halt so ein Kampf. Wo ist es noch ethisch okay? Wo sind meine persönlichen Grenzen? Was mache ich fürs Geld? Was mache ich nur für mich? Von wem werde ich verstanden? Von wem werde ich missverstanden? Aber diese treue Linie zu führen, zeigt sich halt im Resultat. Je treuer du dir selbst bist, desto mehr schenkt dir das Universum. Aber den Sturm, den musst du überleben. Ja. Vor allem den mentalen. Und ich bin wieder, also seit letzten Oktober, November, ich hatte aufgehört mit Alkohol zu trinken. Und ich habe drei Jahre lang kein Alkohol getrunken. Und dann habe ich dann wieder angefangen, so mit Vodka-Mate, im November. In der Shisha-Bar? Nein, 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 nein. Es war an der Olma. Aha. In St. Gallen. Ja, super. Und dann habe ich dann wieder gemerkt, so, jetzt bin ich wieder in dieser Cortisol-Stress-Scheiße drin. Und es ist wieder so, ich bin einfach wieder in diesem, wie sagt man, in dieser Spirale. Genau, in dieser Spirale. Aber ich habe mich dann auch mental dann auch viel stärker gemacht. Ich habe dann einfach wie so auch konsequent, ich muss dann einfach immer konsequenter werden, dass ja, ich habe mir einfach gesagt, auch wenn es scheiße ist, ich mache es, ich stehe jetzt auf. Ich habe mich dann einfach wie mental mehr entwickelt. Ich habe versucht, durch mentale Stärke diese Detox zu machen, weil als ich dann auf Früchte war, mein Ziel war es die ganze Zeit, ich will, dass es mir gut geht, körperlich gut geht, dass ich in einen Komfort, ich wollte in einen Komfort kommen. Ja, aber der Komfort war auch nicht gut, weil der Komfort hat mich dann richtig faul gemacht. Und jetzt bin ich wie so in einem Stress, aber in einem Stress, den ich auch konsequent bleibe. Also der Stress kann ja gesund sein, solange man etwas dagegen macht. Aber wenn dich dann der Stress wie so überwältigt, wenn du vom Stress unterdrückt wirst, wie so nachlässt, dann wird er ja ungesund. Also dann wird man ja depressiv und so. Und ich habe dann wie so all diese Männer zugehört, so David Goggins und Joe Roggins und Andrew Tate und so, die einfach sagen, ey, du bist ein Mann, auch wenn du Schmerzen hast, auch wenn du Emotionen hast, auch wenn du etwas fühlst, du musst es unterdrücken können. Du musst einfach durch, du musst einfach, weil es wird nicht besser. Ja, es wird einfach nur immer schwieriger und je schwieriger etwas ist, desto besser und größer ist dann auch der Reward. Also was dann am Ende vom Tunnel rauskommt, ist dann viel schöner, als wenn man einfach nichts macht, wenn man einfach die sichere Bahn geht, die sichere Route. Aber jetzt bin ich wieder an einen Punkt gekommen, wo ich merke, okay, ich sollte wieder detoxen. Ja? Ja. Hast du aber keine Drogen mehr konsumiert? Nein, nein, nein. Und dem hast du den Rücken zugeschnitten, weil das macht dich ja spirituell noch mehr kaputt. Nein, 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 ich habe, ganz ehrlich gesagt, ich habe Marihuana konsumiert, sicher. Aber nein, nein, ich will keine chemischen Drogen oder keine richtig psychodelischen Drogen mehr konsumieren. Weil es hat mich, ähm, ich sag mal dem, es hat mir zu viel, zu viel, es hat mir einfach zu viel gemacht. Aufgemacht oder zugemacht? Ich habe zu viel auf einmal erlebt, dass ich wie gar nichts mehr brauche von dem, also ich muss nicht mehr, ich muss das nicht mehr konsumieren. Aber war das vor der Phase mit deinem Detox? War nicht während der Detox, genau, dann hast du dich gediebt. Was denkst du, wenn einfach all diese Giftstoffe aus dir rausgekommen sind in diesen sechs Monaten und deshalb warst du so low? Stell dir vor, all das, was dein Körper aufgesaugt hat, all die Jahre zuvor, das musst du doch irgendwo durch. Also ich habe keine Pollenallergie mehr und ich habe keine, äh, Angina mehr. Ich wurde, ich bin schon lange nicht mehr krank geworden. Ja. Also höchstens vielleicht ein bisschen geschwitzt oder ein bisschen Fieber, aber ich bin jetzt seit, seit 2020 nicht mehr krank geworden, richtig. Schön. Ja, in 2020 hatte ich vielleicht Corona, glaube ich, dass wir keinen Geschmack und so haben, aber ich habe mich nicht getestet, weiß nicht. Und ich bin auch gereist, nach Schweden, weil man durfte ja. Genau. Und ich habe mich, in Schweden hatte ich Corona, ganz sicher, weil ich habe nichts, alles, was ich gegessen habe, ich habe damals noch Zigaretten, Zigaretten geraucht, ich konnte, ich hatte keinen Geschmack mehr, nix. Und dann wusste ich, okay, vielleicht ist es, das ist Corona, das alle erzählen. Und, ähm, ja, und seitdem, das ist auch etwas, das beweist, ah, okay, wenn man keine Giftstoffe zu sich nimmt, dann... Fliegst du, spielst du halt viel höher. Kann man Wassereinlagerungen bekommen und so, aber man ist wirklich gesund und zufrieden. Ja. Ich war zufrieden, das war auch sowas. Ich war nie mega glücklich oder so, aber ich war immer voll ruhig, voll... einfach relaxed. Aber, ähm, eben, ich mache das vielleicht später wieder im Leben, wenn ich meinen eigenen Garten habe und alles selber abpflanzen kann, aber zuerst muss ich Geld machen. Ja, mit deinem Talent. Ja, genau. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich, ich auch nicht. Hättest du das so erwartet heute? Was? So ein Gespräch, hättest du das mit mir so erwartet heute? Ja, ja, ich habe das erwartet, also ich, ich, ich dachte... Ich gar nicht, weil eben mein Content ist, es ist so wirklich so. Es war so Hot Seat, Fire Seat, wie sagt man dem? Du bist einfach aufs Seat, du sitzt da und gibst die Information durch und so ehrlich und transparent, weil du dir dessen bewusst bist, dass du anderen damit helfen kannst, was du selbst durchgemacht hast. Eigentlich bist du ja schon back on track als Influencer. Aha, ja. Siehst du, was du heute gemacht hast? Du bist wieder zurück. Also, ähm, ich habe immer noch Leute, die, die mich, die mich fragen wegen den, wegen den Detox und... Also man kann dich trotzdem kontaktieren. Ja, ja. Weil die, die Führung von drei Wochen kannst du ja immer noch machen. Also das mache ich, das mache ich immer noch. Genau, das bringt dich auch nicht um, genau. Ja, genau. Einfach, einfach das mit den, einfach mit den richtigen Früchten, man muss Geld haben, weil ich hatte ja, ich habe ja auch aufs Geld geschaut, das war das Problem. Ich habe, ich habe wie ein Budget geführt, ich so, okay, ich kann nicht mehr... Was hast du ausgegeben in der Woche, habe ich vergessen zu fragen, an Früchten und Gemüse? Äh, ich habe 600 Franken im Monat ausgegeben an Früchten. Okay, das ist viel. Ja. Aber hast du nie bei Natura oder bei Reformhilfen oder so? Nein, dann wäre es richtig teuer. Dann ist ja alles doppelt so teuer, dann wäre es sicher 1200 oder mehr. Aber wie krass ist der Unterschied von Bio und Echbio? Viel krasser, ja. Man riecht es sofort. Direkt. Ich sage das meiner Mama auch. Und Demeter auch noch, es ist so krass. Ja. Aber es ist einfach, wie viel kostet eine Mango? Eine Flugmango kostet acht Franken oder sieben Franken. Eine Flugmango, also Flugmangos sind ja die Reifen, die am Baum gereift wurden und die sind richtig süß, aber die sind halt teuer. Und eben, wenn man von Früchten will, dann muss man das nicht hier machen oder einfach mit den teuren Früchten. Eben genau, dein Leben passt nicht zu diesem Ort, eigentlich das Leben, was du kennst. Ich habe mich einfach angepasst an, was wir hier haben, das billig ist, so Kartoffeln, Randen. Aber Schweizer Qualität ist ja auch gut, wenn es Bier ist. Genau. Genau. Was würdest du der Welt als Ratschlag noch mitgeben? Als Ratschlag? Bleibt immer treu zu euch selber. Bleibt ehrlich mit euch selber. Und, äh, ja, nehmt das Leben nicht zu ernst, nur ab und zu, weil manchmal muss man es trotzdem ein bisschen ernst nehmen. Es ist ja alles ein bisschen ein Duell. Also es ist ja wie, wie sagt man dem, ein zweischneidiges Schwert oder was? Wie sagt man dem, zweischneidiges, zweischneidiges Schwert? Schwert. Ne, ich weiß, was du meinst, ja. Ich hoffe, dass die das auch verstanden haben. Es ist alles für dich. Es passiert alles für dich. Nicht gegen dich. Es passiert nicht dir. Es passiert alles für dich. Um dich weiterzuentwickeln. Um das Bewusstsein der Menschheit weiterzubringen. Und, äh, es gibt immer eine Lösung. Zu allem. Und es kommt immer gut. Egal, wie schlimm es gerade ist in deinem Leben. Äh, du kannst immer etwas dagegen unternehmen. Und, äh, es ist nie hilflos. Du kannst dir am besten helfen. Und warte nicht auf jemanden. Ja. Danke. Es wird niemand kommen. Danke. Wow. Ähm, liebe Welt, ich bin wirklich mega überrascht mit der heutigen Episode. Ich hätte nie gedacht, dass er so transparent, authentisch und ehrlich ist. Auch verletzlich. Trotzdem hatte er ein bisschen eine Mauer zu Beginn, weil er die Worte gesucht hat. Ich habe es gemerkt. Nein, es war das Hochdeutsch. Ah, ja, ja, ja. I pick up energies. Das ist mein Job. Aber, was du heute mit uns geteilt hast, ist eine Riesenbereicherung. Und ich gebe dir meinen allergrößten Respekt. Mein allergrößten Respekt, dass du mit 24 sowas durchgemacht hast. Nicht nur alleine, sondern mit der ganzen Welt. Im Sinne von, das war die schwerste Zeit, die Pandemie. Was alle noch nie zuvor erlebt haben, hast du deine Voice für was genutzt, für was du eingestanden bist. Ob es da Support gab oder eben Gegenwind. Es ist jetzt scheißegal. Wichtig ist, dass du auf dieser Selbstfindung das alles gemacht hast, damit du heute dieser Mensch bist mit diesem Bewusstsein. Und du hast dir Drogenwelt auch den Rücken zugekehrt. Du hast gemerkt, dass du auch wenig Freunde hast, weil man sich nicht auf jeden verlassen kann. Du hast dich gedetoxt, disconnected, um zu connecten. Und zwar mit dir selbst. Der Ursprung von allem. Ich habe mich gesucht, aber ich war schon immer da. Ja, genau. Und diese neue Selbstfindung wird auf der Bühne scheinen, ab nächstem Jahr, wenn du deine Tour hast. Ja. Ich freue mich wirklich für dich, dass du diesen Weg wieder einschlägst. Dass du uns das Lachen wieder zaubern kannst, wenn du auf der Bühne stehst und mehr mit deinen Händen spielst. Und dich fallen lässt, weil du 2'10' bist. Ja, vergisst nicht, Gabirano auf Instagram zu folgen und auch auf TikTok. Support seinen Content. Das heisst überall Gabirano. Das heisst überall genau gleich, genau. Das ist super. Dieser Name steht. Und ja, die Tour, die beginnt höher auf zu gehen. Das ist respektlos. Ich habe versucht, ich wollte dir hinter dem Mikrofon gehen, dass du es nicht siehst. Guck, wie ehrlich. Aber das ist genau sowas. So will ich es meinem Kind sagen. Hör auf zu gehen. Und wenn du das machst, dann drehst du dich verdammt nochmal um. Genau. Und ich sehe, er ist müde. Nein, ich bin gar nicht müde. Du hast vergessen, dass du im Studio gerade bist. Ich habe vergessen, dass ich gefilmt werde. Genau. Ich wusste nicht, dass ich so langweilig bin. Du bist nicht langweilig. Überhaupt nicht. Es ist nur, ich bin überfordert. Ist schon okay. Die B12-Shot, Vitamin-Shot wartet auf dich in ein paar Wochen. Das ist deine letzte, oder? Ich muss nochmal eine nehmen, ja. Gut, und dann bist du aber fully back on track. Gut. Liebe Welt, vergiss nicht zu abonnieren, zu liken, zu subscriben. Das heißt eigentlich abonnieren. Zu teilen. Und ja, vielen Dank für euren Support. Denn das ist ein Road to Success. Und seinen Road to Success haben wir gerade selbst gehört. Und ich liebe es, neue, außergewöhnliche Menschen in diesem Studio zu interviewen. Denn das ist meine Passion. Thank you, World. Und danke dir nochmal. Danke vielmals, Mira. Danke dir. Also, bye, World.